Okay, was haben wir hier? Orange-Gel. Ne, Brot. Und was haben wir hier? Thunder. Ach, das Thunder-Cape, von dem letztens die Rede war. Was kann das denn? Reduce Lightning-Damage. Ich geb's mir. Yeah. Jetzt hab ich den Thunder-Cape. Wuhu! Okay. Wow! King-Tata. King-Frog heißt das Vieh. So. Jetzt erstmal die Reihe umdrehen. Damit Sui hinten in Sicherheit ist. So. Weg mit dir. Obwohl, bei dir kann ich auch Demonic Tiger Blade einsetzen. Oder Demonic Tiger. Ich weiß nicht, ob das der komplette Name ist. Und wow, du überlebst das sogar. Das muss ich jetzt wissen. Wie viele Dingens hast du? Inspect, bitte einmal. Okay, du bist nix. Das war ja billig. Also im Vergleich zu der Spinne. Billig. Oh, da geht's auch noch weiter. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Hö ja! Tada! Und Eruption. Dü-dü-dü-dam. Ich lieb die Attacke. Sui hat's drauf. Was lernst du noch? Hä? Achso. Ich dachte, es geht noch weiter. Ah, die Pumpe ist kaputt. Äh, ja. Aha, als Magierin kann sie eine Pumpe reparieren. Okay. Oh cool, jetzt kann ich hier weiter. Und ein Speicherstein. Und Orange Gel. Und Monster. Aber nicht wirklich stärker als vorher. Tada! Boah, die kann aber wirklich schnell casten. Ich kann's nicht oft genug sagen, aber... Ey, die geht sofort los mit ihrem Casten. Und Moment. Okay, das wollte ich ihr gerade befehlen. Sie hat's von alleine gemacht. Das finde ich gut, dass sie selbst mitdenkt. Okay. Oh, ich würde sagen, wir speichern mal kurz. Wer weiß, was uns erwartet. Okay, was willst du mir sagen? Monster Stand. Nö, da will ich noch nicht hin. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Weiß jetzt nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Und der Quest ist das ja auch nicht. Eine offizielle. Ich denke mal, so eine Art Nebenquest. Moment, da geht's weiter. Da unten. Auch noch mal so ein Königsfrosch. Ah ja. Eruption. Boom. Und ich treffe auch alle damit, ne? Das ist ja das Geile. Und eine 18er. Ne, ne, eine 20er. Was ist das denn? Silencia Rain. Geh weg von mir. Scheiße, hab ich... Hä? Das war's schon. Ich soll euch nur so zwei Königsfrosche töten. Rang G. Oh, die Fans um... Aha. Nicht schlecht. So, was haben wir noch? Sir Leone. Ah, cool. Jean, Gleit oder Neve Leones? Mal sehen, was hast du uns zu erzählen? Wie immer nur Scheiße. Jean, willst du irgendwas? Nein? Dann will der andere was. Gleit. Wieder mal. Sir Mendel. Ach, soll ich ihm schon wieder was zu essen bringen? Fleisch diesmal. Ach so, ich soll ihm Fleisch bringen oder was? Das ging schnell. Oh, Carbonara, lecker. Okay. Äh, ja. Hab ich schnell geschafft. Zwei Missionen wieder. Und zwar Carbonara. Wollen wir da... Äh, äh, kochen da. Carbonara. Eier, Käse und Pasta. Eier hab ich nicht. Schade. Was mach ich eigentlich? Was macht ihr denn? 20% maximal HP TP. 30%? Hm. 30% auf TP. Oh. Wow. Und 40% auf TP. Die muss ich lernen. Also die muss die haben. Tomaten und Eier brauche ich verdammt. Auf die HP nur. 80% auf HP. Krass. Da fehlen mir Gewürze. 10% aber und Status. Auch nicht schlecht. Also ich hab schon ein paar coole Sachen. Und leider kann ich die nicht machen. Ja, da ist Mendel wieder. Äh, bla bla bla. In den Minen. Da 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 da. Was haben wir noch? Acht Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Wind. Ja, und die anderen da noch. Hm. Döhm. Immer Mendel, Mendel. Ach komm, reden wir mal mit den Leuten, die hier so rumhängen. Na du, wie geht's? Ja, du hast eine Menge zu sagen, aber keine Mission zu geben. Idiot. Ach, der starnt schon. Och, Mann. Wieso könnt ihr wenigstens diese Gespräche nicht mal übersetzen? Oh, sweet. Ach, was haben wir noch? Wem können wir reden? Was haben wir da? Glide und Leones. Na, hast du noch eine Mission für mich? Nein, hast du nicht. Du bist so fies zu mir. Ja, schön. Das hat mir nichts gebracht, dass du mir was sagst. So, Rose. Ja. Wir sind gut gewachsen, ich weiß. Green. Starne. Nein. Hä, was? Was ist da? Jean? Ne, ich will zu Starne. Nein, ich will nicht zu Starne. Ich will zu Jean. Tenebrusminen. Ja? Tarantula. Was genau? Ich muss jetzt für den Tenebrusminen die Tarantula töten? Ja. Muss ich. Okay, dann wechseln wir erstmal wieder Kleidung. Merchant oder Shooter? Bandit? Erde. Wie war das nochmal? Wasser und Feuer umgekehrt und... Nehmen wir mal Shooter. Rupp. Und rupp. Yeah. So, und sie nimmt... Ninja. Water Ballerina. So habe ich Wasser und Wind. Tadam. Okay. So, dann nehmen wir mal Mint, Mint. Äh, Mint. Mint. Hallo? Sie ist verschwunden. Was? Was soll es werden? Was soll ich mit den Schriften? Komm mit mir. Mo, 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 Moment. Äh. Okay, sweet. Kleine Änderung. Moment, hast du gerade ein... Nein, hast du nicht. Narikiri brauche ich eben. Zwar weiblichen. So, und... Narikiri weiblich einmal ändern, bitte. Und zwar mit den Schriften. Jo. Einmal bitte ändern. Danke. Sie hat jetzt... Sieht cool aus. Das kann sie. First Aid und Powhammer. Hm. Und wenn ich sie jetzt noch zusätzlich ein Element gebe... Da lernt sie Fireball. Da nichts. Wo ist das Windding? Weil sie hat noch nichts mit Wind. Ne, das brauche ich nicht. Ja, die Eid ist Wind, ne? First Aid und Wind Arrow. Klingt nicht schlecht. Ja, komm, gebe ich ihr den Ja, die Eid. Und... Ändern. Mit Element. Yeah, jetzt hat sie grüne. Pilgrim. Pilgerin ist sie jetzt. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Okay, dann geht's diesmal nur zu zweit weiter. Ach ja, Moment. Jetzt muss ich ja natürlich die Sachen auch geben. Pilgrim. Zack. Und... Zack. Jetzt ist sie eine Pilgerin. Okay, Arts. Sie kann. First Aid und Wind Arrow. Okay. Äh, ich muss sie mal kurz ein bisschen weiter nach hinten... Ne, das kann ich... Oh, da, genau. Hier war das. Ganz weit hinten. Aber sie darf so... Sie muss so weit wie möglich von den Gegnern weg sein. So... Wo war das jetzt in den Minen, ne? Okay, aber das... Kommt gleich erst. Kurzer Schnitt. Und... Gleich geht's weiter. Bis gleich dann. Ciao.